Moinsen, liebe Gartengänger, hier ist mal wieder der Agri für euch am Start und wir spielen eine Runde Pflanzen gegen Zombies natürlich. Und jetzt gucken wir doch mal bei dem Minispiel wieder vorbei. Und das nächste Spinni-Spiel wollte ich schon sagen. Minispiel heißt reinweise Zombie-Greise. Also alte Zombiesäcke. Wow. Das Gargantua ist auch wieder mit dabei. War cool. Und das natürlich mal locker. Passen wir mal die direkt hinten hin. So, dann die Magete dahinter. Ach da. Da rieß die Nacht-Sigavi-Bohne. Zap, da auch noch mal ein paar. Mullins. Ha, sieht aus wie so ne Unterhose, ne, so ne Kürbisunterhose. Geil, oder? Boah, die sind mir ordentlich verloren auf dem Kopf, ne? Sehr gut. Oh, das ist natürlich auch ganz schön, ganz schön gelassen hier. So, erstmal aufwecken hier. Oha. Hoho. Alter Falter. Das war Boom. Hm? Flatten! Bam, das ist cool. Das macht richtig Laune. Und nochmal Boom. Weggeflamed. Weggeflamed. Oh. Gargantua. Mehrere Gargantua. Oha. Die klauten hier einiges nieder. Oh nein. Feuer zieh weg. Na, eingeplättet, zweigeplättet. Ah! Das sind kleine Zwerge hier, ne? Oha. Ich brauche. Nein, sie kommen durch. Nein! Oha. Oha, jetzt kommen noch die Leiterzöne dazu. Ich glaube, sie kommen bei mir ins Haus rein. Das sind einfach zu viele. Alter, das sind das Massen. Nein, mein Gehirn! Nein! Ah, okay. Hat gefickt, wurde ich. Hm. Also eher weiter hinten bauen. Sagen wir mal. Obwohl, die könnte mal. Ich kann ruhig vorne hinsetzen. Lassen wir da mal eine Linie frei. So, da die Kürbisse. Da püppeln wir mal die hin. Kaffeeboden drauf, um sie alle zu aktivieren. Da püppeln wir die hier drauf. Die unterstützen wir natürlich nochmal schön. Kriegen jetzt hier hier eine kleine Kürbisunterhose. Schön. Schön weggeplättet. Kleine Kürbisse unter den Pflanzen. Äh, Melonen, meine ich. Die heben uns jetzt erstmal auf hier. Die Jalapeño. Die brauchen meine ich. Eine etwas größere Welle an fetten Zombies. Okay, jetzt klicken wir langsam mal. Okay, jetzt brauchen wir sie. Die schnapper werden jetzt nicht schlecht. Mal da, mal noch. Jetzt ziehen wir eine dritte Batterie. Aber mal noch voller Film. Boah, die haben noch alle hart angenaschen. Das können wir jetzt hier nochmal weg hier. So, geht auf. Gargantuas. Gargantuas. Nur Start. Nein! So, alles wegfackeln. Das haben wir auch gezündet. Das können wir nochmal nach der Batterie-Mion hinsetzen. Kann ja nochmal hinten. Oha. Wir kommen rüber. Boah, das ist verdammt schwer, ey. Hab ich nicht gedacht. Nein. Einmal die Stapper noch einsetzen hier. Alter, alter. Ich brauche die Farapennos. Gib sie mir. Oha. Boah. Alter, kommen sie bestimmt durch, die Lümmel. Yo, noch mal eine riesige Welle, oder was? So, jetzt schon hart im Arsch hier. Letzte Welle. Alter, Falter, ey. Ja, genau. Ich brauche was Effektives. Jetzt, bitte. Falapeno, jetzt, 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 jetzt. Nein. 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 Es ist tot. Es wurde gefressen. Okay, wir müssen die Jalapenos sammeln. Wir brauchen mehr. Ja, rau. Ja, rau. Jalapenos. aus. Ich glaube die setzen wir mal als letzte Hoffnung hinten hin. Die Stabber können da nichts anrichten. Die verkleiden wir mal schön hier. Im tollen Kürbis-Outfit. Jetzt muss es aber klappen hier. Ach, Palapeno haben wir jetzt einmal hier. Die aktivieren wir diesmal aber nicht. Nein, auch jetzt nicht. Schön weggeschnabbert. Oha! Oh, es perde sich nicht mehr. Me lohnen Kopf. Oh! Ich muss meinen Ollilien setzen. Schon? Nee, das geht jetzt mehr. Müssen wir versuchen, so durchzuhalten. Oh, der klüffelt aber drauf. Gargantua, der ist echt böse. Oha, das ist immer schön. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Bam! Haha! Das war schön. Das sieht doch eigentlich ganz brauch aus, was ich hier treibe. Ja, das ist vielleicht die letzte Welle schon. Gut, weil es übergeblieben. Ja, nein! Die wurden nicht weggehauen. Scheint nicht. Gargantua, stress sie auf! Kommt schon! Einer ist noch da. Ah, da kippt der nächste um. Ja! Ah, wooo, huu, huu! Lululululululululululu. Schön. Neues Minispiel freigeschaltet. Dann gucken wir nochmal rein. Pleng Plong, hau den Zombie! Aber als nächstes ist erstmal Schlittenfahrt dran. Schön Schlittenfahren mit den Zombies. Haut rein! Viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch, euer Agri.